Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind in der Zitadelle der Zeit und können uns jetzt das Master Sword holen. Tuki, ist das nicht... Ja, genau das ist es, Navi. Sorry für das Husten. Ich hab das Gefühl, ich werd schon wieder krank, ey. Meine Güte. Dieses... Diese legendäre Klinge. Das Master Schwert. Ja. Genau das ist es, Navi. Genau das ist es. Oh mein Gott. Müssen wir von der Seite, ne? Von der anderen Seite rausziehen, ne? Ja. Okay. Los geht's. Huh. Gannendorf. Ahahaha. Ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitmortal. Äh. Nein? Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Oh scheiße. Ich muss dir danken, Kleiner. Nein, eigentlich nicht. Ähm. Tuki. Mach auf. Du bist der Auserwählte. Hä? Oder wer sagt das? Wer hat das gesagt? War das nicht Navi? Ne, das war nicht Navi. Ach, stimmt. Der Typ. Ah, okay. Gar keine lange Kamerafahrt. Nein. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Ich habe die Titanelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen, im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Gennendorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels zogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Doki, erschrick nicht. Schau dich an. Äh. Oh mein Gott, bin ich hässlich geworden? Oh mein Gott. Nein, ich bin einfach nur alt. Scheiße. Scheiße. Sieh nur, Doki, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Ja. Ob das so cool ist, weiß ich auch nicht, ne? Das Masterschwert hat eine heilige Klingel, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu entziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe, daher haben wir deines Edele für sieben Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist. Äh, ja, hab ich. Doch vergiss niemals, obwohl du nur mit Edelstem ansinnen des Zeitportals geöffnet hast, hat der niederträchtige Gennendorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich, durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem Heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der sieben Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Master-Schwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, wecke die Kraft der anderen Weisen, vereine deren Macht mit deiner Stärke. Okay. Krieg ich hin, glaub ich. Wir haben das erste Amulett. Ohne irgendwas dafür getan zu haben. Ja, eigentlich sollte ja noch ein Tempel des Lichts oder so. Ein Lichttempel halt in das Spiel reingemacht werden. Reinprogrammiert werden, aber das haben sie ja irgendwie doch nicht getan. Und deswegen krieg ich immer das jetzt so. Binde die anderen Weisen und rette Hyrule. Ich werde mir Mühe geben. Zitadelle der Zeit. Yeah. Und schon sind wir ein erwachsener Link in der Zitadelle der Zeit. Toki, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wir wirklich sieben Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gewunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen, Toki. Yo. Welche Waffen kann ich nicht mehr nutzen? Kannst du jetzt mal... Danke. Aha. Ach ja, doch ne. Oh. So viel Katzen. Nervig. Nervig. Ich habe auf dich gewartet, junge Held. Beherrscht das Böse die Welt, weil in jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den fünf Tempeln. Fünf? Das ist nicht sechs. Einer in dunklen Welten, einer auf hohen Berge, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Shika, überliefert wurden. Ich bin Schiek. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Shika an. Wahrlich. Du siehst aus, wie der, der uns prophezeit wurde. Tapferer hältst... äh, Tapferer... Nein, tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Ja, Mann. Willst du die Prophezeiung erfüllen? So suche nach den fünf Tempeln und befreie die dort eingesperrten fünf Weisen. Okay. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, dass dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Doki? Nein. Ach, nein. Endlich. Okay, wir können keine Bomben nutzen. Ah, nein. Okay, doch. Wir können keine Wundererbsen mehr pflanzen, keinen Boomerang mehr nutzen. Das ist doch doof, ne? Ohne Witz. Und, okay, schleudern denkst du auch nicht. Okay. Alles klar. Yeah. Gut. Ja, wir sind jetzt sieben Jahre älter, Leute. Sieben verdammte Jahre. Gealtert. Und das nicht mal bewusst. Das haben wir nicht mal mitbekommen. Oh Mann. Na gut. Wir sind immer noch in Hyrule Stadt. Beziehungsweise, ja. Marktplatz. Hier ist alles kaputt. Alles zerstört. Wirklich alles? Ist hier nicht irgendwo noch... Sollten wir hier nicht... Ach nee, das ist alles in Kakariko. Jetzt stimmt. Oh Mann, ey. Aber, wir können schon mal die erste Sidequest anfangen. Alter. Mein Sound ist so laut, ne? So. Und zwar hier drin. Hallo. Ah, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch noch ganz ansehnlich und mutig. Da ist Doki, nicht wahr? Schau nicht so. Ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Okay. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespensterbad von Hyrule. Dank jenen Dorf gepriesen sei sein Name. Gehen die Geschäfte zur Zeit blinden. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Ja, genau. Äh, ist das jetzt eigentlich Irrlicht? Seht das jetzt? Seht Irrlicht schon? Hey. Na, mein Junge. Achso, ja. Ähm. Ih. Ich hab nen Geist getrunken. Bäh. Gut, ja, bei dem müssen wir Nachtschwärmer abgeben. Die sind über Hyrule, ja, über die hylianische Steppe verteilt. Und, ja. Ja, das war's. Zehn Stück an der Zahl und danach kriegen wir eine letzte Flasche. Übrigens konnte ich mir die dritte Flasche überhaupt schon holen. Ich hab's nur vorbei. Wieso renne ich so weit weg von der Lohnlohnfarm? Wir wollen Epona holen. Ahem. Epona ist nämlich noch immer auf der Lohnlohnfarm. Und da wir Eponas Lead beherrschen, können wir sie holen. Und ausbrechen. Wodurch sie auf ewig uns gehört. Auf der Lohnlohnfarm konnten wir eigentlich, ähm, die Flasche holen, als Kind. Aber ich hab's voll vergessen, voll verbeilt. Hey du! Hähnige Leute verbreiten das Gerücht. Ich hätte Talon um die Farm betrogen, aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basiel, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Ähm, äh, im Vertrauen. Eigentlich war es der mächtige Genendorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Zichtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Okay, ja, gerne. Sag ich dir erklären, wie man reitet? Äh, nö. Die Farm, danke, he, he. Warte mal, Ebonas Lied. Oh, scheiße, wie ging Ebonas Lied nochmal? Ähm. Ebonas Lied, Ebonas Lied. Ebonas Lied. Hoch, links, rechts. Nichts, okay. Dö, dö, dimm, 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 dimm. Wir haben eine Minute, dürfen wir reiten, Alter. Eine Minute. Ist das nicht heftig? Yeah. So, jetzt können wir, glaube ich, mit Basi reden. Oder war das jetzt mit Basi reden? Dann reden. Äh, willst du absteigen? Kann ich bereiten. Warte mal, was sagt er? Willst du absteigen? Halte an und drücke A. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Du kommst mir... Nein. Hättest du die Zielerfassung ein, kannst du mit mir sprechen, während du auf dem Pferd sitzt. Willst du jetzt schon gehen? Nee. Wenn dein Amt gelaufen ist, sage ich dir Bescheid. Okay. Aber da mussten wir jetzt erst noch... Äh, hier rüberhüpfen. Scheiße, was? Okay. Und rüber. Nice. Okay, nice. Lass du noch mal mit ihm reden? Ich weiß es nicht mehr. Shit. Kannst du mal nach vorne? Ich wollte gerade reden. Oder konnte ich nicht ein Rennen mit ihm machen oder so? Äh, wie war das nochmal? Imponer. Okay. Dann musste ich erst... Ich glaube, ich musste erst darüber springen, über die ganzen Sachen und dann mit ihm reden. Oder? War das so? Weiß es nicht mehr, Mann. Okay, so. Perfekt. Und darüber. Ey, Brunner, lauf! Ja, nice. Nice. Jetzt aber. Bereit ist nicht schlecht. Ah, okay. Wir wären es mit einem kleinen Rennen. Eine Runde um die Koppel. Der Gewinner erhält, sagen wir, 50 Rubine. Alles klar. Okay. Mann! Ist das denn ernst? Er drängt mich hier voll von der Barbahn. Also, Barbahn. Ah, shit. Ich glaube, ich hätte das nicht machen sollen. Ich muss immer eine Karotte am besten aufbewahren, glaube ich, war das, ne? Okay. Ja, das schaffe ich jetzt aber. Ja, jetzt schaffe ich es aber. Ja, easy. Ja. Du, 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 du. Yeah. Ah, verballeteiten. Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey du, wie wäre es mit einer Revax? Gewinnst du? Äh, gut, das fährt dir. Wir dürfen da nicht mal Ja oder Nein sagen. Ja. Ja, jetzt müssen wir halt gegen ihn gewinnen. Danach gehört uns das Pferd. Allerdings. Ähm, ich muss mich kurz konzentrieren. Allerdings gehört es nur auf unserer, auf der Farm uns. Also wir dürfen es nur auf der Farm behalten. Er lässt uns nicht damit abbauen. Aber dafür gibt es einen Trick. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und gewonnen. Uns gehört Epona. Yeah. Ah, wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Ist gelungen. Das Pferd hinter meinem Rücken. Zudem. Ich wollte Epona, dem Mächtigen in Ganondorf, zum Geschenk machen. Nun habe ich die, meinem Pferderennen verloren. Ah, von meiner Zeit. Nun gut. Ja, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen. Das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Ich sag's ja. Aber dafür gibt es einen Trick. Denn wir können jetzt mit Epona einfach hier rüber sprengen. Und schon gehört sie uns. Yes. Wir haben Epona. Ja. Unser Pferdchen gehört wieder uns. Sehr cool, ne? Sehr cool. Äh, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir sollten eigentlich zu Schloss Hyrule. Allerdings. Nee, das können wir nicht noch nicht machen. Ich habe noch keinen Bogen. Scheiße. Und zwar, wenn man hier irgendwie hinreitet, kommt hier eigentlich ein Nachtschwärmer. Ja, da ist einer. Und den müssen wir halt angreifen. Und wir haben nur keinen Bogen. Noch nicht. Aber ich glaube, wir können uns auch noch einen anderen holen. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Kannst du hier nicht rüber reiten? Doch, kannst du. What the fuck? Und stopp. Herab. Und ich glaube, das war hier unten, ne? Hier unter war, glaube ich, einer. Ja, da. Schon ist er weg. Toll. Ich glaube, die kann man nur mit dem Bogen holen. Oh mein Gott, da war das vorbei. Oh lol. Oh lol. Wir haben ja viel geschafft heute. Okay, die ersten 10 Minuten waren auch Cutscenes. Und wir sind ein Kakariko, Leute. Da hat sich einiges verändert. Guck mal, da ist eine Mühle. Die kennen wir ja schon. Und wo ist das Haus? Das Haus ist fertig. Da. Das Haus ist fertig. Schießbude. Ziemlich cool. Aber. Ähm. Was mache ich denn jetzt? Wir müssen zum Friedhof. Und. Dort ein Grab betreten. Aber das können wir jetzt noch nicht machen. Also das bringt uns jetzt noch nichts. Äh doch, also das bringt uns jetzt schon was. Aber das will ich jetzt nicht mehr machen in dem Bad. Ich würde lieber einmal hier hin. Zu ihm. Hallo. Äh. Äh, was? Du bist jetzt eine Ocarina? Näh. Das darf doch nicht wahr sein. Uah. Das erinnert mich an diesen Tag vor genau sieben Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein. Und hat ein seltsames Lied gespielt. Es hat alles durcheinander gebracht, Mensch. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Wir bekommen ein neues Lied, Leute. Nein. So. Das geilste Lied in The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Ohne Witz. Das geilste Lied. Song of Storms. Ich liebe diesen Song. Das ist so geil. Geil. Was die Hymne des Stumps erlernt. Jetzt regnet es hier drin. Ziemlich cool. Und ich glaube dadurch können wir als Kind den Brunnen äh Oh. Ist der leer? Oh. Das muss ich mir als Kind ja nochmal da machen mit. Na egal. Gut Leute. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out. Da rein. Oh. Oh.